Ich kann ja noch Julien Bam reinziehen, Alter. Und dann Julia Beautix. Ja, nee, Julia, tut mir leid. Da bin ich raus an der Stelle. Privat sicherlich, aber sonst nicht. Alles klar, Leute. Mäschchen, also, tja, let's go. An der Stelle, meine Freunde, falls ihr dieses Video heute auf Revi Gang seht, ihr wisst Bescheid. Heute Abend, oder beziehungsweise heute Nachmittag, ja, gegen 16 Uhr, 16.30 Uhr, fange ich auch wieder an zu streamen. Call of Duty, Minecrafts, Reacts, D-King schneid das rein. Kuss auf dein Auge. Dankeschön dafür. Let's go. Oh, Halloween Mixted. Damn, Bro. Damn, Bro. Kata, schön, danke für den Resub. Tief unten in einem schaurigen Kellerlabor wagt ein junger Arzt den Unheil Kellerlabor. Oder auch einfach Heizungsleitungen. ...vollen Versuch, sich einen Namen in der Deutschrap-Szene zu machen. Dabei scheut er weder Mühe noch Patte, um seinen Traum in die Reality steppen zu lassen. Dr. Frankenstein. Ein echter Gangster. Fenster. Ach, verdammt. Sie hatten alle recht. Ich kann nicht rappen. Aber du, du wirst sie alle in Grund und Boden rappen. Wer ist da? Ah ja. Oh, Leute, damn. Rap-God Frankenstein am Start. Let's go. Ja? Süßes oder Sau? Nein. Was war das für ein gottverdammtes Kostüm? Also eine Matratze? Du hast kein Mann, wie es jeder andere ist. Und selbst das goldigste Kinderlachen erregt bei ihm nichts weiter als Verachtung und Gräuel. Das ist ganz gut, weil wenn Kinderlachen bei einem irgendetwas anderes erregt, außer Herzlichkeit. Talking about, ist egal. Das Wort erregt und Kinderlachen, da war ich jetzt gerade, ist egal. Endlich ist es soweit. Ego! Meister! Meister! Ey, was los! Nee, Energie! Ja, Meister! Das ist ein Windows-Sound, Alter. Ach, das ist eine Leiche. Ja, okay. Nice. Let's go, Alter. Nice. Was ist denn ein Schnurrwalter los? Meister, es macht seinen Mund auf. Ich glaube, es will uns was sagen. Und jetzt Rap. Boah, Junge, Wins, Alter. Winston fucking Lee. Deadbeat. Fucking insane. 808 in the background. Mmh. Verlieren über die Jahre an Farbe, meine Narben gehen tiefer und schreiben lange Romane. Ihr kommt aus dem Ghetto, ich lag unterm Ghetto, 50 Jahre Name. Frankenstein. Beste Lenniedersprache. Wer ist tot, halt's tot. Frankenstein. Wer hat Demos auf Flucht? Frankenstein. Wer ist grün und voll groß? Frankenstein. Bin der King of Raric, doch das wollte ich gar nicht sein. Ich wär gern Friseur, ich glaub, das wär mega krass. Bin es seit heute, aber ich träum davon jede Nacht. Schneiden, föhnen, Dauerwellen ist das, was ich mag. Aber diese Hände sind dafür leider nicht gemeint. Ich glaub, das wär der größte Abfuck, den du haben kannst, wenn deine Hände ständig auf Mittelfinger-Modus sind. Du kommst die ganze Zeit nur in den Knast, weil du die Polizei außer dem Mittelfinger zeigst. Du kriegst Probleme, irgendwelche Sachen aufzuheben. Versuch mal eine Flasche Wasser zu trinken, Digga. Unmöglich. Komm ins Labor, wir müssen reden. Was los, was, da hab ich dir nie gut vertreten. Ich will doch rasieren, aber lieber als Friseur. Ich hab dich gebaut, ich kann nicht auf die ganze Schlamm. Na gut, ist es Zeit, in der Booth zu stehen, Irre und Ruhe zu nehmen, während die anderen Rapper noch zur Schule gehen und heimlich vielleicht ein paar Frisuren zu mähen. Frankenstein, okay. Ich schlage rein und ball allein, du knallst hinein in Zack und dein. Mama weint, doch kann nicht sein, das freut'n Stein, das irgendwie juckt man. Guckt mal, immer schritten, wenn ich wache Oji. Deutscher Hike, das weißt du gerne deine Omi und alle Kids auch, dann hab eigenes Imodi. Nummer 1, doch eigentlich bin ich scheiße Lonely. Ach nein, Alter, der Arme. Du willst wirklich Friseur werden? Ja. Er füllt ihm seinen Traum. Achso. Gut, soviel dann dazu. Das ist Mord. Ähm. Okay, nächster Versuch. Das wird eh nix. Digga. Fick dich, Drew. Wenn ich dich auf dieser scheiß Halloween-Party sehe, werde ich dir in den Hals kotzen. Dummer Affe, Alter. Nur unweit dieser Geschehnisse versuchen drei kleine Bastarde zu checken, weshalb ihr Halloween-Loot so crappy ist. Fuck, Mann, ey, was haben wir denn jetzt? Ich hab Apfel. Ich hab Stein. Dips auf Stein. Ey, das ist die Opfers aus der Parkklasse. Sieh mal einer an. Ein rosa Lappen, eine fette Hexe. Und was bist du? Ich bin eine Leiche. Guckst du. Nein, Mann, der war auch so. Komplett Wecker-Kostüm. Habt ihr keine Schofi bekommen? Nein, mehr so. Wulauh-la. Jetzt weiß ich, wie wir Süßes machen. Korrekt, Kauknete. Ey, lassen wir deine Fahrräder nehmen. Nein, auf denen sehen wir auch so kleine Bitches, Mann. Aber ich weiß, wie wir uns für Bewegung mitteln. Ah ja, E-Scooter-Gang. Yo, süßes oder saures, du abgefuckter Clown. Gib mal gescheites Nix her, oh, da müssen wir die klauen. Heide, sei mal Ehrenmann, weg mit diesem gesunden Dreck. Wir wissen, wo dein Haus wohnt. Mach mal, Yalla, guck vor Messer steck. Jetzt hol die teure Schurki aus, im Schrank auf deinen Nacken, sonst tun wir dein Haus. Ich schwöre, Leute, Real Talk. Früher an Halloween, wir sind nicht rumgezogen und haben Leute, also wir haben Süßes oder Saues gespielt. Aber wenn dann einer wirklich nicht, und das war asozial rückwirkend, wenn dann einer wirklich nicht gezahlt hat, also gezahlt sage ich schon, richtiger Erpresser-Gang. Wenn einer wirklich nicht geliefert hat, dann kann es doch sein, dass ein Haus in Klopapier eingewickelt worden ist oder sein komplettes Haus mit Eiern beworfen wurde. Oder eventuell, gut, das ist aber erst nur drei, vier Mal passiert, die Bremsleitung von seinem Ford Transit durchtrennt worden ist und am nächsten Tag einen Unfall hatte. Huch, Leute, kriminelle Kinder, dies, das, ihr wisst Bescheid. An der Stelle, folgt mir auf Twitch, ihr ehrenlosen Hunde. Warum macht ihr das nicht? Ich schwöre, so dreist wie die Jugend heute ist, unter anderem auch ihr, kann ich mir ganz gut vorstellen, dass Halloween jetzt einfach nur noch erpresst wird, Leute. Halloween ist ein Fest der Erpressung. Das ist wie Weihnachten, das Fest der Liebe, Halloween ist das Fest der Erpressung. Ich sag's so, wie es ist. Wir sind geladen, die Böller bereit, hör mal du Greif, wir schießen scharf, hol die Böller vor Leif. Ey, hab nicht die Zeit, die Nacht ist bald schon vorbei. Tipps auf Wachen, mein Digger, wir sind zu dritten, du nur allein. Wir kriegen nie genug, wir werden niemals satt. Wir sind die Könige, der doch in dieser Stadt. Komm auch bei dir vorbei mit unseren Wagen. Es ist Eis ab, wollen wir es haben. Süßes oder saures, wir sehen, da nen fetten Wagen stehen. Na klasse, AMG. Walla, Bruder, gib uns den. Wir würden auch noch die freshe Tasche und Klunker nehmen. Wir kommen mal kurz rein. Also, hör mal auf, wir haben den Weg rumzustehen. Geil, Hot Wings mit Hot Wings, mit Hot Wings zum Abendbrot. Sorry, Toilette im Arsch, ich war grad groß. Ich schwör, wenn es jetzt in Aachen eine Bewegung von E-Scooter-Klauen den Kindern gibt, die rumgehen, Leute an Halloween erpressen. Julien, bam, ich hoffe, dass du dafür ins Gefängnis kommst. Irgendwer wird die stoppen, Alter, wenn es die Stadt Aachen ist, Jäger. Klimmel, 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 klimmel. Als ob keiner diesen Kindern auf die Presse haut. Ah ja, ich wollte grad schon sagen, Michael Myers, lizenztechnisch unbedingten. Michael Myers. Hast du Myers sogar falsch geschrieben, Alter? Myers wird doch anders geschrieben, der wird doch so geschrieben, oder? Myers, nee. Michael Myers, ja, so wird er geschrieben. Bot, Alter. Das ist ja, das ist ja geschrieben wie mein Nachdenken. What the fuck, Alter? Was ist Michael Myers? Ey, lass mal Selfie machen. Nee, ich bin live Rino. YOLO. Alter, geil. Live Rino, Junge. Mega, Digga. Ey, was geht denn hier ab? Ich soll doch hier nicht einfach einspazieren. Raus mit euch. Alter. Boah, ich hab mich gefunden, ey. Was ist los hier? Katastrophe. Raus hier. Äh, chill mal. Let's mal erst mal Selfie machen. Okay, ihr kriegt ein Selfie, doch dann werdet ihr gekillt. Ja, Halloween Original Hollywood Filmstar. Dein Halloween Kostüm übertrieben Cringe-Marsch. Chillt mal, ihr übertrieben hässlichen Kinder. Jeder kennt mich, bin Legende wie das Mumu-Mean. Wenn man was für Halloween noch ohne Rebecca Wien. Seh ich euch, bin ich froh, dass ich am 6. bin. Wenn das live wirklich rappen würde, Mann. Wenn das ein Live-Auftritt wäre. Haha. Stark, 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 stark. Zurecht. Kein Mörder. Oh, ich stehe. Wolfsmensch. Ah ja, okay. Ah, er schon wieder. Fuck, Mann. Was ist das für ein Dreckstag, ey? Ja, scheiße. Ah, Mann. Ehrenlos, oder? Wirklich. Halloween Party kann ich jetzt auch knicken. Was stand da? Schlampen? Halloween Schlampen. Heute um 20 Uhr im Studiheim Ost. Auf die Halloween Schlampen Party würde ich auch gerne gehen. Halloween Party kann ich jetzt auch knicken. Das ist wieder Wolf und Hänsel und Gretel-Safe, oder? Ich bin ein Wehrwolf! Achso. Ist ja einfach nur ein Typ mit einer Kapuze, what the fuck. Als ob ein Wolf von einem Wehrwolf gebissen würden, dann zum Wehrwolf. What the? Als ob ein Wehrwolf einen Wolf beißt. Hä? Diese Tollwutübertragung des Todes, Alter. Nein, 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 nein. Nicht mein Kostüm. Kompletter Marsch. Oh, Bruder, nein, ja. Oh, dann schau ich mir wenigstens den Vollmund an. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, damn. Good Animation. Oh, shit. Ich schwör, Leute. John auf Auto-Tune klingt echt extrem dope. Denn ich bin jetzt mal bei in deiner Stadt. Also macht euch schon mal nackt, ich meine Mäuschen, oh. Wie ist das gesauret? Jace Gamer. Habt die Beast Edition Jordans geile neue Tritter. Endlich Haare an meinem Sackduch, das zeig ich euch später. Übergroß mein Schwarz ist locker 50 Zentimeter. Zähne mit der Schlaf, jegliche Jacke wird zum Jäger. Keine Angst, ich erst du Tri-Urs, bist nicht Beutelschema. Meine Stimme tiefer als Ausstieg von Katja Neger. Das war nicht Anni, Leute. Das ist diese, das ist die, wie heißt die, Shuioka? Nee, gar nicht. Nee, warte. Warte mal. Die sieht ähnlich aus wie Anni. Ich hab die beiden auch schon mal verwechselt. Das ist nicht Anni. Das ist nicht Anni. Das ist nicht Anni. Das ist nicht Anni, Leute. Das ist, wartet. Ich hab die beiden auch schon mal verwechselt. Das ist Anni. Oh, das ist doch Anni. Nee, das ist nicht Anni. Nee, warte mal. Nee, das ist nicht Anni, Alter. Das ist nicht Anni. Das ist, ähm... Oh, das ist Anni, oder? Bin ich besoffen, Alter? Das ist Moki? Warte mal. Doch, das ist Moki. Das ist sie hier. Guck mal. Das ist sie hier. Das ist Moki-Fox und nicht Anni. Das ist, äh... Das ist nicht Anni. Das ist, äh... Das ist nicht Anni. Was talkt ihr denn, Chad? Ich bin doch nicht... Bin ich dumm? Bin ich dumm, Alter? Mieter. Zähne mit so scharf. Ja, derge Jacke wird zum Jäger. Keine Angst, ich esse nur Trials. Bist nicht Beutelschema. Meine Stimme tiefer als Ausschnitt von Katja Mega. Mein Shishatugo, 8-fach Minze, knallt heute extremer. Mein Kind jeder, die ist neu. Ja, du. Ich verfehl' jetzt ein Verbeulen. Ja, du. Denn ich bin jetzt Waber in deiner Stadt. Also mach doch schon mal, ab ich meine Mäuschen. Ja, du. Mein Kampf auch voller Schmuck, trage alles außer Silber. Jeder kleine Pist, er weiß, dass krasser wäre, was Killer. Ich bin Bulletproof, also versuch's pull' deinen Trigger. Komm mir, du, ich klar, dass jeder 100 wird zu... Das ist Anni. Hello? Rädel schicken, Nacktmilder, mit Wolfs und Ohren fittern. Meine Fanboys sind schick... Das ist Moki. Das ist Anni, das ist Anni. What the fuck, Alter? Der Benz heute auf, ich komme um die Kurve ohne Blinker. Das ist auch kein Werwort geworden, ne? Das ist ein wunderschöner Startschmuck, mein Lieber. Wir machen hier aber die Kamera aus. Ey, schmutz! Ja? Ey, schmutz! Das ist mein Kumpel, aber... Halt dich, nein, nein, nein! Oh, shit. Ich hab nicht gegessen, muss gelaufen. Nee, also, ich bin zu alt. Alles gut. Er ist weg. Digga, Anni und Smokey Fox. Smokey Fox. So!